Oh, ich, oh, ich bin eingeschlafen, oh, oh, Moment mal, ich wollte doch, stimmt, ich wollte doch Praxy heute pranken, der ist schon draußen, der läuft da schon rum, oh, äh, ja, was geht, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video, und, äh, ja, tut mir leid, ich hab's ein bisschen verschlafen, auf meiner Couch war's zu gemütlich, ähm, ja, wir werden heute wieder meinen Freund Praxy prank, ich hab mir was richtig cooles überlegt, aber bevor wir anfangen, lasst wie immer natürlich gerne einen Daumen nach oben, dann abonniert den Kanal für mehr Videos, und, äh, ja, Leute, ihr seht schon, ich hab keine Ahnung, was macht der da draußen, aber egal, Leute, heute heißt es wieder prank, prank time, denn wir werden Praxy wieder richtig hops nehmen, aber bevor wir das machen, äh, geh ich erstmal ganz kurz runter, denn, ihr seht, ich hab aktuell nur eine Axt dabei, und, äh, ich wollte mir noch ein Schwert holen gehen, ihr seht ja, hier in meinem großen Keller müssen wir eigentlich noch irgendwo ein Schwert haben, die Frage ist nur, in welcher Truhe, hm, in welcher Truhe könnte das, Leute, da, da fehlt was, seht mal, da was, da fehlt ein Block, was ist denn, oh, Leute, die Truhe kenn ich gar nicht, was ist, ich glaub, da ist eine geheime Truhe da unten, wartet mal, lasst da mal reingucken, was ist das denn, Hä, da ist ein geheimes Buch, Leute, so, hä, was ist das, Leute, ich nehm das mal kurz mit hoch, okay, das ist merkwürdig, wer versteckt denn in meinem Haus ein geheimes Buch, Leute, okay, Achtung, zack, 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 oh, das ist ja merkwürdig, schaut mal, das Buch heißt, seht ihr das, an Lumi, wer schreibt mir denn ein Buch, ist das etwa Praxy gewesen, Leute, egal, wir schauen da mal rein, und, hä, was steht da, Hallo, mein Enkel, solltest du dieses Buch finden, sorge dafür, dass es niemand Falsches in die Hände bekommt, begib dich zum alten Campingplatz, dort befindet sich hinter einem Baum ein geheimer Hebel, hä, den Rest selbst herausfinden, Leute, das ist ein Buch von meinem Opa, der ist eigentlich schon lange verstorben, Leute, aber, ja, ich, ich vermisse ihn ehrlich gesagt schon, deswegen wundere ich mich auch, dass er mir ein Buch hinterlassen hat, Er meint irgendwas von einem Campingplatz, stimmt, ich habe hier auf meiner Insel einen Campingplatz, da hinten, okay, ich muss mal gucken, oh, Braxy, äh, okay, Leute, ich hoffe, Braxy, hey, Lumi, oh nein, ich habe auf dich gewartet, was machst du, hi, Braxy, was geht, was geht, was geht, was geht, Ey, schlag mich doch nicht, ich habe es eilig, ich, äh, ich wollte noch zum Bäcker neue Brötchen holen, äh, lass später gemeinsam irgendwas machen, PS4 zocken oder so, Okay, wir treffen uns später, bis dann, okay, Leute, ihr wisst, ich mag Braxy, wir wollen ihn aber heute pranken, und das Ding ist, ich will nicht, dass er das mitbekommt, Weil, irgendwie, das Buch ist ja für mich, und mein Opa meinte, wir sollen am Campingplatz nach irgendeinem geheimen Hebel schauen, Okay, jetzt sind sie am Campingplatz, aber, er meinte, wir sollen hier irgendwie nach einem geheimen Hebel Ausschau halten, hinter einem Baum oder so, Oh Gott, ich hoffe, das ist kein fieser Prank von Braxy, Leute, aber, ah, hier ist nirgends so ein Hebel, oder bin ich blind, Leute? Oh nein, Braxy, komm schon, äh, 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 äh Leute, schaut mal. Hier. Da ist wirklich ein Hebel. Nein. Ich lege den jetzt um, Leute, bei drei. Eins, zwei, drei. Oh mein Gott. Oh, ich hoffe, Braxy sieht das nicht. Mein Opa hatte recht. Hier ist wirklich ein geheimer Hebel. Und da geht es nach unten, Leute. Ich wollte zwar eigentlich Braxy pranken, aber das ist gerade wichtiger, Leute. Wir gehen einmal hier runter. Was ist hier? Und oh mein Gott, Leute. Was ist das denn? Mein Opa hat einen geheimen Bunker gehabt. Und hier ist alles aus Diamanten. Ich wusste gar nicht, dass mein Opa so reich ist. Aber den Rest soll ich selbst herausfinden. Aber was ist hier denn? Hier sind nur ganz viele Truhen, aber hier sind alle leer, Leute. Moment, was ist das? Schaut mal, was ist das denn? Das ist eine passwortgesicherte Truhe. Wir brauchen ein Passwort für diese Truhe, Leute. Mein Opa muss bestimmt irgendwo das Passwort versteckt haben. Komm schon, Opi. Ich kenn dich doch. Irgendwo? Moment mal, da ist schon wieder so ein freier Block, Leute. Genau wie vorhin. Was ist da? Da ist ein Schild, Leute. Und da steht ein Code drauf. Ich glaube 8811. Okay, lasst den Code mal ausprobieren, Leute. 8811. Oh mein Gott, es hat funktioniert. Was zur Hölle ist das denn? Das sieht mir wie ein Rezept aus. Obsidian Eisenbachen? Irgendein komisches Item, was ich nicht kenne? Okay, Leute. Ich übernehme das mal 1 zu 1. So, mein Inventar. Weil das sieht mir ziemlich stark nach einem geheimen Crafting-Rezept aus. Lasst mal schnell in mein Haus und schauen, ob man da was draus bauen kann. Das sieht mir ziemlich merkwürdig aus. Ansonsten, ich hoffe, Braxy sieht das hier nicht. Er darf auf keinen Fall die geheime Base von meinem Opa finden, Leute. Oh, ich glaube. Oh, es ist auch schon dunkel geworden, Leute. Okay. Schnell zurück zu unserem Haus, Leute. Oh mein Gott. Ich bin echt gespannt, was wir daraus bauen können. Okay. Vielleicht hat mein Opa mir ja wirklich etwas Geheimes hinterlassen. Okay. Komm schon. Schnell rein ins Haus, Leute. Komm schon. Ja, okay. So. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir gehen mal schnell hoch zu meiner Werkbank und dann schauen wir mal, was ich daraus bauen kann. Oben ein Obsidian. Da zwei Eisenbachen. Jetzt da runter. Das in die Mitte. Das links. Das da. Und das da. Was ist das denn? Was? Eine Portal-Gun? Moment mal, Leute. Was zur Hölle? Wow. Was? Das ist eine Portal-Waffe, Leute. Oh mein Gott. Meint ihr, die funktioniert? Das wäre perfekt, weil ich wollte Praxy heute sowieso pranken. Okay, warte. Lumi, wo bist du? Oh nein, nein, nein. Lumi. Nein, ich habe die. Lumi, bist du noch am Lagerfeuer? Praxy, ich höre dich schreien. Praxy. Hä, wo ist denn Lumi jetzt auf einmal hin? Praxy, ich finde dich nicht. Wo bist du? Hä, wo bist du denn jetzt? Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Äh. Ah, du bist da hinten bei den Campingplätzen. Praxy. Hi. Hä, wo warst denn du die ganze Zeit, Mensch? Beim Bäcker Brötchen holen, habe ich doch gesagt. Hast du die Brötchen? Kann ich ein Brötchen haben? Ich habe mega Hunger. Ich habe heute noch gar nichts gegessen. Ja, ja. Du musst dir mal vorstellen, weißt du, was heute für ein Tag für mich war? Ich bin morgens aufgestanden und dann war ich wach. Okay. Ja, natürlich habe ich ein paar Brötchen für dich, Praxy. Boah, du bist der Beste. Ich wusste, man kann sich auf dich verlassen. Ja. Ah, lecker, 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 lecker. Ja, Praxy, ich muss nochmal schnell auf Toilette und dann komme ich gleich wieder, okay? Bis gleich. Soll ich hier auf dich warten? Ja, ja, warte ruhig da. Okay. Okay, Leute. Ich will jetzt diese Portalgun ausprobieren. Ich hoffe, Praxy sieht das nicht. Okay, wir gehen mal in das Haus, Leute. Okay. Meine, das funktioniert wirklich. Ich schieße einfach mal gegen das Haus jetzt, Leute. Und. Wow. Das ist ja wirklich ein Portal, Leute. Wartet. Und ich schieße jetzt als nächstes einfach mal da gegen den Baum. Oh. Und. Oh. 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 Leute, schaut mal. Oh. Ich sehe mich selber. Das Portal funktioniert wirklich. Und wenn ich jetzt hier rausgehe, dann. Oh. Wow. Leute. Das ist perfekt. Und damit können wir Praxy ja richtig krass pranken. Wartet. Wenn ich jetzt nochmal ein Portal mache. Hier. Zack. Und ich schieße jetzt einfach mal oben gegen die Wand da. Und. Zack. Wow. Und. Schaut mal jetzt. Jetzt sehe ich Praxy da unten einfach durch das Portal, Leute. Wir gehen mal durch. Wartet. Und. Jetzt bin ich hier oben. Oh. Oh. Ist das cool, Leute. Oh mein Gott. Okay. Warte. Wir schießen jetzt hier. Und dann. Achtung. Schießen wir einmal. Ähm. Ihr darf das nicht sehen. Wir schießen dahinter gegen den Baum, Leute. Und. Zack. Okay. Okay. Und. Jetzt gehen wir hier durch. Wow. Schnell zumachen. So. Hi Praxy. Ich bin wieder da. Hi Lumi. Hi. Ja. Was wollen wir heute machen Praxy? Hast du schon irgendwas geplant? Ob zum Spielplatz. Zum Spielplatz willst du? Okay. Dann lass zum Spielplatz gehen Praxy. Los. Wer zuletzt da ist, kriegt eine Strafe. Äh. Was? Äh. Eine Strafe? Ja. Okay. Wie du meinst Praxy. Wo bist du? Hä? Auf dem Spielplatz. Hier bin ich. Hä? Hä? Wie hast du das denn gemacht? Wie schnell bist du denn? Ja. Ich hab geübt. Ich hab jetzt den Supersprint hingelegt. Alter. Au. Aua. Nicht mal springen kannst du. Tatsächlich Praxy fällt mir auch gerade ein. Oh man. Ich hab meinen Kuchen noch im Backofen. Oh. Ich muss meinen Kuchen schnell holen gehen Praxy. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid. Äh. Nein. Nein. Ich rück da schon alleine hin Praxy. Alter. Du brauchst wieder so lange. Man beeilt dich. Okay. Ich bin gleich wieder da. Oh man. Leute. Oh. Das ist so cool. Diese Portalwaffe. Ich will Praxy damit richtig krass breaken. Und wir können damit so viele coole Sachen machen. Ich könnte zum Beispiel ein Portal in sein Haus rein machen. Und ihn heimlich beklauen. Wartet mal. Praxy meinte heute früh noch zu mir. Er wollte sich heute den neuen Fernseher kaufen. Es gibt einen neuen Fernseher im Angebot. Im Laden. Leute. Den könnten wir eigentlich einfach klauen. Wenn er den sich heute kaufen sollte. Okay. Lass das schon mal ganz kurz vorbereiten. Ich platziere schon mal ein Portal in seinem Haus. Und dann könnten wir einfach seinen Fernseher klauen. Also. Er wollte den heute kaufen. Also. Okay. Ich hoffe er sieht das jetzt nicht. Leute. Wir gehen einfach schnell bei ihm rein. Oh. Wo machen wir das am besten? Okay. Ich glaube er guckt bestimmt nicht über die Tür. Leute. Okay. Dann gehen wir einfach hier über die Tür. Zack. Machen da ein Portal hin. So. Und dann machen wir hier wieder zu. Und dann gehen wir schnell zu meinem Haus. Und machen da auch ein Portal hin. Wobei. Meint ihr Leute. Dass ich vielleicht auch TNT und Lava durch ein Portal transportieren kann. Das wäre ja richtig fies. Okay. Jetzt schnell bei mir zu Hause rein. So. Dann gehen wir mal schnell hoch. Leute. So. Und jetzt mache ich das Portal hier hin. 3, 2, 1. Oh. Jetzt kann ich hier direkt in Braxy sein Haus rein. Schaut mal von oben. Wow. Wollen wir das mal ausprobieren. Leute. 3, 2, 1. Oh. Aua. Leute. Oh. Das hat wirklich funktioniert. Lumi. Bist du zu Hause? Oh man. Leute. Braxy schreit schon wieder über die ganze Insel. Braxy. Du bist kein guter Freundchen. Du bist kein guter Freundchen. Tschüss. Der wird's. Der wird's schon sehen Freunde. Der wird sich jetzt den neuen Fernseher kaufen gehen. So. Gibt es doch jetzt irgendwo einen? Ach, da ist mein Fernseher. Der ist sogar im Angebot. Äh. Ich nehme den jetzt einfach mal mit. Bezahlt habe ich schon online. Tschüss. Oh, ich kann es kaum erwarten, meinen Fernseher zu Hause anzubringen. Lumi wird staunen. Es gab nämlich nur noch einen Fernseher zur Verfügung und den habe ich auf der gesamten Insel. So. Okay, Leute. Braxy müsste jetzt jeden Moment mit seinem Fernseher zu Hause ankommen. Aber, Leute, ich habe eine richtig... Ja, ich muss schon sagen, gemeine Idee. Aber was wäre, wenn ich jetzt einfach einen Lava-Eimer hier reinschütte in sein Haus rein und... Ich weiß, das ist gemein, aber... Braxy war auch gemein zu mir, Leute. Ich müsste irgendwo noch Lava-Eimer in meinem Keller haben. Wartet mal. So, Leute, ich werde jetzt eben Lava holen. Braxy müsste jetzt jeden Moment kommen. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich werde jetzt einfach gleich hier Lava reinmachen in das Portal und dann werde ich Braxy einfach mit Lava überschütten. Okay. Okay, okay, Leute. Okay. So, Leute, jetzt würde ich sagen, hol ich kurz mein Telefon raus und dann rufen wir Braxy mal kurz an. Ich muss ja wissen, wann er nach Hause kommt. So, es klingelt. Oh. Hi, Braxy. Yo, was ist? Äh, wie sieht es aus mit deinem Fernseher? Du wolltest doch ein Fernseher kaufen gehen, oder nicht? Ja, aber das geht nicht gar nicht sein. Ich bin jetzt zu Hause mit meinem Fernseher gleich. Jeden Moment gehe ich durch die Tür. Du Blödmann. So, Leute. Ich würde sagen, wir platzieren jetzt das Lava. Drei, zwei, eins und... Oh. Ja. Ah, ah, was ist das? Ah. Oh, Leute. Schaut mal. Oh, nein. Ich glaube, ich habe Braxy verbrannt. Das ist ein komplettes Haus brennt, Leute. Oh, nein. Oh, nein, Leute. Das wollte ich doch gar nicht. Ich muss schnell zu Braxy, Leute. Oh, Mann. Oh, Mann. Leute, ich glaube, das ging zu weit. Braxy, das ist ein komplettes Haus. Geht kaputt, Leute. Oh, nein. Oh, nein. Das wollte ich nicht. Nein. Braxy. Braxy. Brauchst du Hilfe? Was ist denn... Dein komplettes Haus brennt hier, Braxy. Ich komme hinten. Warte. Ich komme von hinten rein. Warte, warte. Braxy, Braxy. Hier drüben. Oh, wo bist du, Braxy? Hier drüben. Ich habe den Fernseher, Leute. Ähm. Wo? Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Hilfe. Aua. Das hat wehgetan. Wo bist... Hier. Aua. Wo bist du, Braxy? Hier. Hier. Komm mal weg. Wie ist denn Lava in mein Haus gekommen? Oh, nein. Mein Haus. Hey, das ist brutal weg, Leute. Oh, nein. Wo kam denn das Lava her? Ruf die Feuerwehr an. Äh. Nein. Ich kriege so Ärger. Ich habe doch nichts gemacht. Mein Haus. Ja, Braxy. Äh. Schau mal. Ich glaube, das liegt daran, dass du vorhin so gemein zu mir warst. Braxy. Mein Haus. Das kriegen wir schon wieder heile, Braxy. Mach dir mal keine Gedanken, Leute. Weißt du, wie viel Ärger ich bekommen werde? Ähm. Ja. Aber vielleicht war dein Fernseher auch einfach... Du hast ja vielleicht einen China-Böller gekauft. Vielleicht war der Defekt und er ist explodiert. Ich weiß nicht. Oh, Leute. Schaut mal, was ich habe. Ich habe seinen Fernseher. Ich weiß, es war schon ziemlich gemein, Leute. Aber Braxy war auch gemein zu mir. Das ist meine Rache. Die schaut mal. Ich habe ihn einfach richtig auf... Richtig vertraust genommen. Aber, Leute. Ich glaube, am Ende werden wir Braxy ein paar Diamanten schenken. Sonst wäre das schon ziemlich gemein, wenn sein Haus jetzt kaputt bleibt. Aber schaut mal. Jetzt habe ich seinen Fernseher einfach. Wow. Boah. Der passt doch perfekt hier hin. Und zack. Jetzt habe ich seinen Fernseher einfach. Oh, Mann. Leute. Diese Portalwaffe ist echt zu krass. Wow. Ho, ho. Leute. Ich habe noch eine Idee. Und zwar wollte ich eine Falle bauen. So, Leute. Ich glaube, der Prank hat schon mal sehr gut funktioniert. Ich würde sagen, jetzt bauen wir noch eine kleine Falle für Braxy. So, für die Falle müssen wir uns hier mal ganz kurz in den Berg reinbauen. Weil ich habe eine richtig coole Idee, Leute. Passt auf. So, jetzt brauche ich einmal hier eine Spitzhacke. Zack. Und jetzt bauen wir hier ein ganz kleines Loch rein, Leute. Ihr werdet gleich sehen, was ich vorhabe. So. Genau. Genau. Passt auf, Leute. Jetzt graben wir hier einmal runter. Und da machen wir jetzt einmal Lava rein. Und hier auch nochmal Lava. Ho, ho. So. Hier müssen wir zumachen. Zack. Und da. Und jetzt, passt auf, Leute. Nehme ich meine Portalwaffe. Und mache hier ein Portal drüber. So. Das sieht schon mal sehr gut aus, Leute. Und wenn ich jetzt irgendwo anders ein Portal hinmache, und man da reinläuft, fällt man dann einfach da hinten in die Lava rein. Ho, ho, ho. Okay. Ich glaube, Frexy mag bestimmt keine Lava mehr. Nach dem Vorfall eben. Aber, Leute, wir müssen es ihm heimzahlen. Er war von so gemein zu mir. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt noch diese Falle. Ich weiß bloß gerade gar nicht, wo Frexy ist. Da hinten läuft der, Leute. Komm schon. Wir müssen jetzt schnell zu Frexy, Leute. Am besten ist, ich verstecke mich irgendwie oben auf einem Baum oder auf seinem Haus, dass ich das auch gut von da aus schießen kann. Weil ich muss ihm ja das Portal genau vor die Nase schießen, Leute. Okay. Er ist jetzt gerade am Haus reparieren, so wie es aussieht, Leute. Okay. Komm. Wir bauen uns schnell hoch auf sein Haus, Leute. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Und sobald er rauskommt, schießen wir ihm das Portal vor die Füße. So. Wir müssen es jetzt ganz leise machen, Leute. Okay. So. Ich bin jetzt auf seinem Haus drauf, Leute. Er baut jetzt gerade sein Haus zusammen. So, Leute. Okay. Ich werde ihm das jetzt gleich vor die Nase schießen, sobald er da hinläuft. So. Okay. Was macht Frexy da? So. Jetzt den Wassereimer nehmen. Und da... Wow! Oh. Nein! Oh. Oh. Oh, Leute. Schaut mal. Ich glaube, Frexy ist an der Lava verbrannt. Oh, Mann. Oh. Leute. Ich glaube, es hat perfekt funktioniert. Er ist genau da reingelaufen. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Das hat perfekt funktioniert. Ich hätte niemals gedacht, dass das so einfach wird. Oh, Mann. Oh, Mann. Leute. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, ich glaube, Frexy wird jetzt richtig sauer sein. Oh. Ich glaube, er hat jetzt alles in eine Sache funktioniert. verloren, Leute. Hm. Aber ich glaube, wir müssen noch irgendwas machen, um uns ein bisschen zu entschuldigen, weil das Haus sieht schon ein bisschen kaputt aus, Leute. Ich glaube, ich werde jetzt nochmal ein Portal über ihn machen und dann werden wir es einfach durch das Portal Diamanten regnen lassen, okay? So. Okay, Leute. Dafür machen wir am besten da oben ein Portal. Da sieht man es nicht direkt. So. Okay. Und wenn Brex dann hier so gelaufen kommt, werden wir es dann Diamanten regnen lassen. Okay. Ich glaube, das ist eine gute Idee, Leute. Ich glaube, ich habe noch so viele Diamanten von meinem Opa. Ich glaube, das wird... Nein. Geh weg. Ich will nicht mit dir reden. Brex, aber warum? Ich wollte dir nur helfen. Ich habe nur Pech. Ich werde hier ausziehen. Ich werde hier nie wieder sein. Nein. Nein. Oh, wir müssen uns beeilen, Leute. Brex, ihr möchtet ausziehen. Geh jetzt meine Sachen packen. Oh, Leute, ihr müsst uns beeilen. Oh Mann, oh Mann. Brex, ihr möchtet einfach ausziehen. Oh, Leute. Ich habe bestimmt noch Diamanten unten in meinem Keller. Wartet. So. Okay. In einer Kiste muss ich noch Diamanten haben, Leute. Oh, wo sind die nur? Oh. Ja. Da, Leute. Okay. Jetzt schnell. Jetzt schnell ein Portal machen, Leute. Zack. Zack. Okay. Und jetzt lassen wir es Diamanten regnen, Leute. Ich hoffe, Brex sieht das. Zack. Komm schon. Wir lassen es Diamanten regnen, Leute. Oh, Brex, ihr müsst das sehen, Leute. So, ich habe meine Sachen gepackt. Ich gehe jetzt raus. Es reicht mir hier. Nur Pech. Mein Haus ist kaputt. Hä? Was ist das denn? Ich habe Diamanten. Ich bin reich. Lumi. Es funktioniert, Leute. Schaut mal. Lumi, ich bin reich. Oh mein Gott. Woher kommen die? Hä? Ich sehe nichts. Lumi. Ich habe Diamanten gefunden. Oh mein Gott. Ich bin so reich. Lumi. Äh. Äh. Was machst du denn hier? Und was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Mob Battle. Ihr seht schon, ich bin hier wieder auf unserer riesigen Mob Arena. Und da kommt schon mein Freund Brex. Was geht? Yo. Was geht? Was geht? Lumi. Ich hoffe, bei dir ist alles gut. Du siehst schon, wir sind hier auf unserer riesengroßen Mob Battle Arena. Denn heute gibt es ein ganz besonderes Battle. Du siehst schon, wir haben hier heute solche Farbpaletten. Und ihr seht, dann haben wir hier eine riesengroße Farbpalette, wo wir richtig coole Sachen malen können. Ich kann jetzt hier zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendeinen Mob malen. Und dieses Mob, Leute, was wir dann malen werden, das wird dann auch in der Arena erscheinen. Zack. Dann seht ihr schon, habe ich das in der Hand. Und damit werden wir unsere Mobs spawnen. Und ich bin echt gespannt, wer wird hier heute die besseren Mobs zeichnen und welche Mobs werden stärker sein. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, wer gewinnt. Und ansonsten, Leute, vergesst nicht, ein Like da zu lassen, Brexi. Oder ich würde sagen, Leute, ihr habt jetzt drei Sekunden Zeit, um ein Like da zu lassen. Dann komme ich heute Nacht vorbei und bringe euch Kekse. Ähm, drei, zwei. Wow, danke, dass ihr geliked habt. Dann würde ich sagen, gehst du auf deine Seite. Ich gehe auf die Gewinnerfarbe Blau. Das ist ja meine Seite. Deswegen würde ich sagen, Brexi, ich gehe schon mal auf meine Seite. Ich gehe auch auf meine Seite. Und übrigens ist die Gewinnerfarbe Gelb. Das wirst du sehen. Oh, Mann, Leute. Brexi hat das immer noch nicht gelernt, dass Blau die bessere Farbe ist. Schreibt mal in die Kommentare, was findet ihr cooler, Blau oder Gelb? Aber okay, Brexi, ich hoffe, du bist bereit. Ich bin auf meiner Seite und ich würde sagen, ich hole meine Farbpalette raus. Zack. So, und dann würde ich sagen, Brexi, schau mal. Ich habe meine Farbpalette auf. Hast du deine auch auf? Ich habe meine auch auf. Okay, dann würde ich sagen, ich fange jetzt an, das allererste Mob zu malen. Und ich habe schon eine richtig coole Idee. Oh, mein Gott. Brexi, ich bin echt gespannt, was du malst. Ich bin Picasso, du wirst sehen. Ich bin Picasso, oh Gott, oh Gott. Ich, ich, ich brauche jetzt hier schwarze Farbe. Dann machen wir hier so ein paar Beine ran. So, okay, das hätten wir. Jetzt mache ich hier noch einen großen Kopf hin. So, Leute, ihr fragt euch bestimmt, was das wird. Ich hoffe, das Mob wird richtig okay. Ich mache jetzt sogar noch ein paar andere Köpfe. So, oh, Brexi, du wirst keine Chance gegen meinen Mob haben. Das wirst du sehen. Ich mache was richtig Cooles. Aber ich werde dir nicht verraten, was. Dein Mob wird keine Chance haben. Na, wenn du denkst. Ich glaube, mein Mob ist fertig, Leute. So, zack. Okay, mein Mob ist fertig. Leute, ich glaube, ich werde das Mob jetzt beschwören. Ich hoffe, das wird cool aussehen. Seid ihr alle bereit? Okay, Brexi, ich bin fertig. Ich glaube, ich beschwöre jetzt meinen Mob. Ich hoffe, du bist auch bereit. Ich bin auch bereit. Meins ist auch fertig. Okay, okay. Dann würde ich sagen, Leute, ich mache das jetzt ran. In drei, zwei, eins. Und meins ist dran. Oh, oh, oh. Wow. Oh, mein Gott. Leute, es hat funktioniert. Guckt euch meine Mobs an. Ist das nicht der Oberknaller? Oh, mein Gott. Brexi, meine Mobs sind gespawnt. Und ich glaube, du wirst keine Chance haben gegen meine Monster. Nein, nein, nein. Ich habe viel coolere Mobs gespawnt und gezeichnet. Du wirst mir nicht glauben, Alter. Es hat sogar funktioniert. Oh, meine haben auch funktioniert. Schreibt mal in die Kommentare, wie cool die aussehen, Leute. Oh, mein Gott. Ich würde sagen, Brexi, wir lassen unsere Mobs jetzt gegeneinander kämpfen. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Dann würde ich sagen, Leute, ich lasse die Wände runter. In drei, zwei, eins. Die Wände sind unten, Brexi. Es geht los. Oh, mein Gott. Los, los, los. Los, greif an. Oh, mein Gott. Was hast du denn da gemacht? Brexi, guck dir meine Monster an. Was hast du da gespawnt? Irgendwelche kleinen Hunde. Ja, ich dachte, ich mache einen Zombie-Wolf. Oh, Mann. Oh, schau mal. Deine komischen Monster haben auch, spawnen auch irgendwelche Geister. Aber schau mal. Meine riesen Grabbeltiere, die schießen einfach Feuerbälle und machen alles kaputt. Oh, mein Gott. Nein, es lebt nur noch einer. Hä, wer ist das denn jetzt auf einmal hier? Ja, die spawnen kleine Helfer. Die machen alles kaputt. Ja, let's go. Oh, mein Gott. Leute, ich kann mich so lange hier hinsetzen und kann genießen, wie ich gewinne. Guckt euch das an. Oh, mein Gott. Ist das ein krasses Battle. Schaut mal oben. Meine Monster haben so gut wie fast noch kein Leben verloren. Oh, mein Gott. Ist das cool. Guckt dir das an, Brexi. Guck mal. Meine Monster haben ganz viele kleine Geister gespawnt, die denen helfen. Lebt überhaupt noch Hunde von dir? Ich glaube nicht, oder? Oh, ich glaube, du hast diese Runde einfach gewonnen, dass sie so noch geheistert, die mich mal angreifen. Oh, Mann. Oh, Mann. Leute, meine Monster haben gewonnen. Die erste Runde geht also an mich. Dann würde ich sagen, Brexi, gehen wir direkt rein in die Runde Nummer 2. Let's go. So, Brexi. Die erste Runde ist nun vorbei. Das heißt, es steht 1 zu 0 für mich. Ja, das stimmt. Aber diesmal werde ich was richtig Cooles malen. Und du wirst schon sehen. Weißt du, was ich da mit dir mache? Was denn? Hä, warte. Ich tanze dann. Haha. Wir müssen so einschlemmen. Ja, ich würde lieber mal anfangen, ordentliche Sachen zu malen, Leute. Ich gehe wieder auf meine Seite und jetzt malen wir direkt das nächste Mob. Es wird richtig cool. So, Brexi. Ich habe jetzt wieder meine Farbpalette und mein Stück Papier. Und ich werde jetzt hier wieder ein richtig cooles Mob malen. Ähm. Boah. Weißt du, an was ich diesmal denke, Brexi? Du magst doch die Farbe Gelb, oder? Ja. Das ist doch meine Lieblingsfarbe. Das weißt du doch, Lumi. Ähm, weißt du, was auch gelb ist, Brexi? Meine Zähne? Äh, äh, ja gut, das vielleicht auch. Aber, ähm, oh Leute, vielleicht erkennt ihr es schon. Das wird der Oberknaller. Oh mein Gott, Brexi. Du wirst absolut keine Chance gegen meinen Mob haben. Ich werde so etwas Cooles malen. Oh mein Gott, Leute. Ich werde etwas viel Cooleres malen. Ich werde diesmal einen riesen Monster malen. Ich werde sogar grüne Akzente reinpacken. Du hast schon verloren, Lumi. Oh Mann, oh Mann. Leute, ich mal so etwas Cooles. Und zwar, ähm, oh mein Gott. Vielleicht erkennt ihr es schon. Und zwar, warte, Brexi hört mich jetzt nicht. Ich mal eine richtig krasse OP-Monsterwespe. Mit einem richtig langen Stachel. Ich hoffe, das funktioniert. Jetzt brauchen wir noch Flügel. So, zack. Ähm, äh, Brexi, was, was meinst du eigentlich gerade? Ich mal so einen riesen Monster. Der wird dich gleich auffressen mit so coolen weißen Zähnen. Aha, okay. Ich bin echt gespannt, weil du wirst keine Chance gegen mein Monster haben. Das sehen wir ja dann. Okay, 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 Leute. Wir machen hier alles schön ordentlich. Zack. Okay, dann oben noch die Fühler. Okay, okay. Ich glaube, Brexi, ich bin fertig. Ich bin auch fertig. Was habe ich denn hier gemalt? Okay. Na, mal gucken, was wir daraus machen werden. So, Leute, ihr seht jetzt hier mein gemaltes. So sieht das Ganze aus. Und, äh, ich bin echt gespannt, ob das ausreichen wird, um Brexi zu besiegen. So, okay, Brexi. Ich glaube, ich werde jetzt meine Riesen-Monster spawnen. Bist du bereit? Warte. Nicht warte. Ich spawn meins nämlich jetzt. Achtung. Dann los. Drei, zwei, eins. Und zack. Und. Oh. 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 Wow. Oh. 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 Oh mein Gott. Es hat funktioniert. Leute, guckt euch diese Riesen-Monster-Wespen an. Brexi, du hast keine Chance. Ich lasse jetzt die Wand runter. Lass sie runter. Drei, zwei, eins. Und. Oh mein Gott. Brexi, du hast keine Chance. Das war's mit dir. Guck dir meine Monster-Wespen an. Was hast du denn da gespawnt? Ich weiß es nicht. Irgendwelche komischen Löwen. Oh. Komm schon, Monster-Wespen. Greift an. Alter. Warum greifen die denn die Pflanzen an, ihr Trottel? Guck mal, die machen Bibis. Siehst du das? Oh mein Gott. Komm schon, Westen. Westen greift an. Das macht ihr gut. Und der erste Kampf. Zack. Das macht ihr gut. Oh mein Gott. Komm schon. Komm schon. Mutanten-Westen greift an. Wow. Das ist echt das krasseste Mob-Battle, was es jemals gab, Leute. Das habe ich ja noch nie gesehen. Ey, das ist voll cool. Wir zeichnen und danach spawnen die einfach. Schau mal, von dir leben nicht mehr viele. Komm schon. Warum greift er denn die kleine Biene an? Das ist doch voll... Nein, du Doof. Komm, geh rüber. Ja, der nächste ist tot. Komm schon, Westen. Weiter, weiter, weiter. Alter, was hast du denn für coole Killer-Wespen gezeichnet? Und komm schon. Greift an. Mutanten-Westen. Komm schon. Ihr macht das super. Weiter, weiter, weiter. Oh mein Gott. Das läuft hervorragend. Okay. Oh mein Gott. Braxy, was passiert hier? Ich weiß es nicht. Ich sehe nur alles zittert gerade. Die haben Honigblöcke gespohren. Schau mal. Aber eine ist schon tot von mir. Von dir lebt aber auch nur noch einer. Es wird spannend. Aber meiner greift die Pflanzen an. Was soll denn das? Komm schon, Monster-Wespen-Angriff. Ja. Gut macht ihr das. Greift an. Und die nächsten. Gut so. Immer weiter. Greift an. Und der nächste. Komm schon. Oh, was ist denn das? Was macht meiner mit deinen Pflanzen? Lass doch mal die Pflanzen in Ruhe. Ah, Braxy. Der nächste ist tot. Es lebt nur noch ein großer und ein Baby. Das sieht gut für uns aus, Leute. Okay, komm schon. Der letzte. Du schaffst das. Monster-Biene, greif an. Nein, Baby-Monster, greif die Biene an. Das ist doch nur eine Biene mit roten Augen. Ah, das macht sie sehr gut. Warte mal, Braxy. Warte mal. Es leben nur noch Baby-Affen von dir. Wo ist überhaupt... Wo sind die Großen überhaupt hin? Hör mich gar nichts an, Lumi. Äh, Braxy? Ja. Also warte mal, ich sehe auch gerade oben, es lebt nur noch eine Königsbiene. Deine komischen Monster sind alle tot und schaut euch mal an, wie unsere Arena aussieht. Das war wieder ein richtig spannender Kampf. Und leider muss ich dir sagen, Braxy, habe ich wieder gewonnen. Oh Mann, oh Mann. Aber, aber du kannst doch gar nicht so gut zeichnen. Doch. Du hast doch in der Schule in Kunst eine 5. Das stimmt gar nicht, Braxy. Ich würde sagen, Leute, wir gehen in die nächste Runde. Und jetzt werde ich wieder was richtig cooles malen. So, ich würde sagen, Leute, ich höre meine Farbpalette wieder raus. Zack. Und dann malen wir auch direkt das nächste Mob. Oh mein Gott, Braxy, du wirst keine Chance haben. Weißt du, was ich diesmal malen werde? Wow, Leute. Ihr kennt doch bestimmt so riesengroße Monster. Genau so. So, und zwar male ich jetzt ein ganz besonderes großes Monster. Ich glaube, so einen Monster habt ihr noch nie gesehen. Braxy, du wirst keine Chance haben. Weißt du das? Das werden wir ja sehen. Oh Mann, oh Mann, das wird der Oberknaller. Okay, okay. So, da. Jetzt kommt da so ein ganz großer Mund rein. Zack, zack. Und genau. Jetzt muss ich überlegen. Ich will hier unten noch so ein paar Schlabberbeine haben. Das wird nämlich mittig so wie ein Geist. Noch ein riesengroß. Und jetzt brauchen wir noch ein schönes Auge. Oh, Braxy. Mein Monster wird so OP sein. Du wirst keine Chance haben. Du wirst keine Chance haben. Ich mache nämlich ein riesen Monster. Und diesmal habe ich das auch geplant in meinem Kopf. Ja, also meins ist fertig, Braxy. Ich glaube. Ähm, ja, Leute. Guckt euch das an. So sieht das Ganze jetzt aus. Und ich glaube, ich werde das Monster jetzt direkt mal spawnen. So, bist du bereit, Braxy? Ja. Okay, drei, zwei, eins. Und zack. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, Braxy. Es hat funktioniert. Meins ist da. Oh, es wird direkt rüber zu dir. Ich muss die Wand schnell runterlassen. Oh, oh. Guckt ihr meins an. Ich habe ein Cosmic Monster gespawnt. Und, oh mein Gott, Leute. Guckt euch das an. Braxy hat zu Zyklopen gespawnt. Und die haben gar keine Chance gegen meinen riesen Cosmic Monster. Oh nein, Lumi, die sollen dich mal angreifen. Guck mal, ich habe sogar ein Auge gemalt. Das sieht genauso aus wie in meiner Zeichnung. Ja, aber deine Zyklopen haben keine Chance. Guckt dir meinen Cosmic Monster an, wie es angreift. Oh, oh, oh. Oh, Mann. Komm schon, Cosmic. Du schaffst das. Greif an. Boah, der komplette Bildschirm. Guckt euch das an wie das Wacket, Leute. Du schaffst das. Komm weiter angreifen. Ich glaube, deiner ist stecken geblieben. Ja, komm schon jetzt. Greif weiter an. Oh, Braxy. Alter. Der greift an. Und der nächste von dir ist tot. Der frisst meinen hier auf. Der letzte Zyklop. Komm schon, Cosmic. Greif weiter an. Du schaffst das. Guck mal, dein Zyklop. Der ist gestorben. Ha. Braxy, das war's. Ich bin stolz auf dich, mein Cosmic Monster. Boah, okay, Braxy. Ich hab den jetzt kurz vernichtet, damit es nicht mehr so wackelt. Oh, wow. Guck mal, was der droppt. Irgendeine krasse Sense. Boah, voll heftig. Aber egal. Von mir aus. Du selber darfst sowieso nicht kämpfen. Von daher, Leute, kann mir das eigentlich egal sein. Ja, äh, Braxy. Ähm, das, das... Die Runde geht wieder an mich. Ich will ja nichts sagen, aber das, äh, das hast du wieder verloren. Aber weißt du, was ich kann dafür? Was denn? Sag's doch, hä? Ja, bist du sicher? Ja. Ha, ha, ich kann tanzen. Oh, du bist so langweilig, Braxy. Du bist so langweilig, weißt du das? Ich bin nicht langweilig. Ja, komm, wir müssen jetzt erstmal die Arena reparieren, weil deine Zyklopen einfach zu schlecht von uns sich töten lassen haben und ja alles kaputt gegangen ist. Ha, ha, ha. So, Leute, ich bin wieder auf meiner Seite. Ich hab wieder meine Farbpalette. Und was sagst du, Braxy, bist du bereit? Ich bin bereit. Und dann würde ich sagen, fang ich an mit malen. Und diesmal hab ich auch was richtig cooles los, Braxy. Weißt du, was ich diesmal malen werde? Nee, was denn? Sag ich dir nicht. Bitte, nur einen kleinen Tipp. Nur so einen ganz kleinen Tipp. Ähm, es wird ein bisschen aussehen wie eine Schlange. Oh, wie eine Schlange? Ja, das wird richtig cool. Oh mein Gott, Leute, das wird der Oberhammer. So, genau. So. Dann hier oben machen wir das ein bisschen heller. Genau da, wo der Kopf sein wird. Dann kommen hier die Augen hin. Zack. Okay, ich weiß ehrlich nicht ganz, wie ich das jetzt noch detaillierter malen soll. Ich bin nicht so gut im malen, Leute. Aber stellt euch einfach vor, das soll eine Schlange sein. Wir malen hier noch so die Klapper mit ihrem Schwanz drin hier so rum. Das ist so der Klapperschwanz ungefähr. So. Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Ich weiß. Ich hoffe, das wird einigermaßen so aussehen, wie ich es gemalt hab, Leute. Auf jeden Fall, ich bin fertig, Braxy. Und, äh, ja. Meinen sieht jetzt nicht komplett schlecht aus, aber ich sag mal so, es könnte besser sein, Leute. Hm. Braxy, bist du denn bereit? Ich bin bereit. Soll ich dir einen Tipp geben, was ich male? Nö, will ich gar nicht, weil ich sowieso gewinnen werde. Hahaha. Wirst du nicht? Das sehen wir jetzt. Komm. Okay, okay. So. Drei. Zwei. Eins. Und ich mach meins an die Wand. Und zack. Oh. 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 Leute, guckt euch diese Monster an. Das sind richtige Würmer. Die sind so, oh mein Gott. Die sehen eigentlich so aus, wie ich sie gemalt hab. Schaut euch das an, Leute. Sieht gar nicht so schlecht aus. Okay, Braxy, darf ich die Wand runterlassen, ne? Du darfst sie runter machen. Okay, dann würde ich sagen, mögen die Spiele beginnen. Die Wände sind genau unten. Und zwar jetzt. Zack. Die Wände sind unten. Angriff, meine Würmer. Oh mein Gott. Was hast du denn da gespawren, Braxy? Was ist das denn? Die haben Diamantenschwert da hinten. Guck, ich hab das genauso gemalt. Hier, schau's dir an. Siehste? Aber die greifen nicht an, Braxy. Ich glaub, deine komischen Wärter, die sind eingeschlafen, so wie's aussieht. Nee, die müssen erst aktiviert werden. Und zwar nur dann, wenn deine angreifen. Ja, aber meine greifen doch nur an, wenn deine angreifen. Also, die langweilen sich schon. Schau mal, die sind eingeschlafen, Braxy. Nein, greif mal jetzt an. Äh, also, ich will nicht sagen, dass du jetzt direkt verloren hast, aber wenn deine nicht Zeit nach angreifen, Braxy, dann war's das für dich, ja? Oh, hört auf. Steht auf. Bitte, bitte. Aufstehen. Ihr müsst kämpfen. Äh, ich weiß ja nicht, Braxy, warum deine am Schlafen sind. Ey, du Fenster, steh auf. Du musst kämpfen. Komm schon. Komm schon. Steh auf. Ey, schlag meinen Monster nicht. Ja, aber die wollen doch gar nicht aufstehen. Guck's dir an, Braxy. Ey, deine Fall runter. Ich hab gewonnen. Nein, ja, ja, ich hab gewonnen, ohne dass ich was mache, weil deine Monster Angst hatten vor meinen Monstern. Würmer, warum seid ihr denn da runtergefallen? Och, Mann, Braxy, warum fallen die denn runter? Das gibt's doch nicht. Weißt du, was ich dazu nur sagen kann? Was denn? Hm, hm, wer hat gewonnen? Wer hat gewonnen? Du nicht. Oh, Mann, ja, okay, eine Runde geht an Braxy, weil meine komischen Würmer runtergefallen sind. Aber, Braxy, schau mal, ich kann auch mit meinem Kopf wackeln. Na, 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 na. Okay, komm, okay, dann geht der eine Punkt an dich. Aber, Leute, glaubt mir, der nächste wird wieder an mich gehen. So, Braxy, ich würde sagen, ich zeig dir jetzt das nächste Mod. Bist du bereit? Ich bin sowas von bereit. Okay, meine Palette ist wieder da. Und dann würde ich sagen, ähm, ja, male ich direkt das nächste Mob. Und, äh, ich weiß nicht, Braxy, du kennst doch Siren Head, oder? Ja, warum? Magst du Siren Head? Ich frag nur. Oh, ich hab Angst vor dem. Warum hast du Angst vor Siren Head, Braxy? Weil der, weil der so böse ist. Äh, äh, oh, ich hab, ich hab mich grad vermalt, Leute. Wartet, ich muss nochmal so anfangen. Äh, der ist böse? Ja. Oh, dann, äh, würde ich dir ganz schnell empfehlen, aufzugeben, weil, äh, also, wenn du Angst vor Siren Head hast, Braxy. So, ja, dann ist diese Runde definitiv nix für dich, Braxy. Oh, Mann, oh, Mann. Oh, Gott, oh, Gott, Leute. Das wird ja Oberknaller. Oh, Mann, Leute, richtig. Ich mal einfach Siren Head. Ich hab mich ein bisschen vermalt. Warte. Warte. So. Okay, okay. Braxy, bist du überhaupt bereit? Ich glaube schon. Okay. Ich würd sagen, ähm, ich bin, glaub ich, auch bereit. So sieht mein Monster aus, Leute. Und, oh, oh, mein Gott. Das werd ich jetzt beschwören. Ich hoff, das wird Braxy seine Monster ein für alle Mal aufhalten. Bist du bereit, Braxy? Ja. Dann würd ich sagen, ist es an der Zeit, unsere gezeichneten Mobs zu beschwören. In drei, zwei, eins. Und zack. Oh. 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 Oh, mein Gott. Leute, guckt euch das an. Es hat funktioniert. Meine Siren Heads haben gespawnt. Und die spielen sogar Musik. Braxy wird keine Chance haben. Braxy, ich lass die Wand jetzt runter, ja? Los, los, los. Okay, okay, Leute. Das wird der Oberhammer. Drei, zwei, eins. Und die Wand ist unten. Braxy, Angriff. Oh. Oh, was hast du denn gespawnt? Was hast du denn gespawnt? Irgendwelche kleinen Büffelschweine. Die greifen an. Komm schon, Siren Heads. Ihr müsst angreifen. Nein, meine kleinen Büffelmonster greifen an. Guck mal, wie stark die sind. Oh Mann, oh Mann. Nein. Oh. Oh. Nein, komm schon. Nein, das gibt's nicht. Oh mein Gott. Komm schon, Siren Head. Du musst angreifen. Oh. Blumi. Die zweite Runde ging auch an mich. Ja. Ich bin ein Sieger. Ja. Einer hat überlebt. Oh nein, Leute. Wir haben schon wieder verloren. Warum war Siren Head denn nur so schwach? Ich dachte, die sind stark. Oh Mann. Ja, okay, Braxy. Deine komischen Warzenschweinen. Keine Ahnung, was das sein soll. Haben ausnahmsweise gewonnen. Aber wir haben noch eine Runde offen. Glaub mir, die wird 100% an mich gehen. Das verspreche ich dir. Aber sollte ich gewinnen, dann ist das ein Unentschieden, richtig? Dann sollen die Leute entscheiden, wer gewinnt. Aber das wird sowieso nicht passieren, weil ich jetzt gewinnen werde. Pass auf. Das werden wir sehen. Los, mach die Wand nach oben. Mach ich. Okay, Leute. Ich bin wieder auf meiner Seite. Und jetzt heißt es gewinnen. Drückt mir jetzt alle die Daumen und lasst bitte ein Like und ein Abo da, damit ich das gewinne. Mit eurem Support schaffen wir das. Ich hätte mir jetzt extra viel Mühe geben. So, ich setze mich wieder hin. Dann brauche ich auf jeden Fall ein neues Blatt Papier, weil das ist noch das alte. So, da ist ein neues. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an mit dem Malen. Und zwar werde ich jetzt eine richtig krasse Monsterspinne malen, Leute. Aber keine normale Spinne, sondern eine richtig krasse Spinne. Mh, wird die so aussehen. Die wird so blau-schwarz sein. Ich stelle mir das genau so vor. So, ungefähr. Dann kriegt die hier so blaue Krabbelbeine. So, zack. Und da auch noch. Und diese Zähne werden Braxys-Mobs auffressen. Dann hier hinten noch, zack. Und dann kriegen die noch ein bisschen Gift hier ran. Genau so. Okay, okay. Niemals werden die mich auffressen. Glaub mir, dieser Mob wird all deine Mobs vernichten, Braxys. Ich bin fertig. Guckt euch das an. Das wird mein Mob sein. Und ich werde diesen Mob gleich beschwören. Das wird richtig cool werden. Ich hoffe, der wird genauso aussehen wie auf dem Foto. Braxys, bist du bereit? Nein, gib mir noch ein bisschen. Ich bin gerade am Ahnen. Kriegst du aber nicht. Ich spawn mein jetzt. Nein. So, Leute, seid ihr bereit? Ich freue mich schon richtig. Okay, okay. Okay. Braxys, ich fang jetzt an. Okay, ich bin fertig. Okay, okay. Drei, zwei, eins. Und zack. Oh. Wow. Wow. Was hat funktioniert, Leute? Guckt euch meine schrecklichen Monsterspinnen an. Braxys, du wirst keine Chance haben. Das werden wir ja sehen. Ich würde sagen, ich lasse die Wände runter in drei, zwei. Okay, die Wände sind unten. Was hast du denn gespunnt? Und meine. Meine haben sich vermehrt, Braxys. Die haben sich geparkt. Das ist sehr gut. Greift an. Kommt schon. Oh, Braxys, das sieht gut aus. Nur noch einer von dir lebt. Ja. Das werden wir ja sehen. Meiner ist super stark. Nein, nein, nein. Kommt schon. Greif an. Greif an. Hä? Nein, einer ist tot. Kommt schon. Ihr müsst angreifen. Spideys, kommt schon. Greift an. Oh, nein, nein, nein. Braxys, was hast du da gemalt? Das ist furchtbar. Der kann fliegen. Das ist voll unfair. Nein. Nein, nein, nein. Kommt schon. Let's go. Noch vier Stück. Greift an. Kommt schon. Kommt schon. Kommt schon. Ihr müsst angreifen, Spideys. Ich glaube, ich werde der Sieger sein in dieser Runde. Nein, nein, nein. Und dann ist es unentschieden. Nein, noch einer ist gestorben. Das gibt es nicht. Mann, Spideys. Ihr müsst mehr machen. Kommt schon. Drum mit euch zusammen. Ja, Angriff. Gut, machst du das. Kommt schon. Jetzt, jetzt, jetzt. Wo läufst du hin? Der reißt aus? Der reißt aus von meinem Spinnen. Ja, er greift an. Sehr schön. Nein, nein, nein. Nein. Ja. Nein. Kommt schon. Spideys, ihr müsst euch verteidigen. Ihr schafft das. Ja. Er ist der Beste. Oh, oh. Ja, 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 ja. Greift an, Spideys. Das macht ihr gut. Er frisst dir einfach auf. Ich fass es nicht, Braxys. Das gibt es nicht. Jetzt, schau mal. Die verfolgen den sogar. Jetzt reißt der aus, weil er Angst hatte. Komm schon. Das ist dein Ende. Dreh dich um. Bitte, greif an. Ja. Oh, nein. Komm schon. Jetzt, 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 jetzt. Er hat wieder einen von meinen Spinnen getötet. Oh, Leute. Und damit willkommen zur heutigen Boat-Challenge. Ihr wisst, ihr wisst, es wird langsam immer wärmer draußen. Das Wetter ist schön und wir alle haben Lust, ins Schwimmbad zu gehen. Und was gibt es im Schwimmbad? Richtig, richtig coole Wasserrutschen. Und deshalb mache ich heute gegen meinen kleinen Bruder Jimmy, der läuft schon da hinten, ne? Gegen ihn machen wir nämlich heute eine XXL Wasserrutschen-Bau-Challenge. Freust du dich schon, Jimmy? Ja, ich freue mich so sehr, dass ich dich endlich fertig machen werde. Hä, du wirst mich fertig machen, hä? Hey, hör auf damit. Das, das werden wir heute noch sehen, Jimmy. Denn, Leute, es wird heute der Gewinn, der die beste Wasserrutsche baut. Wenn ihr Wasserrutschen auch cool findet, dann lasst auf jeden Fall jetzt alle meinen Likes da, Leute. Drei, zwei, eins, alle liken. Okay, dann würde ich sagen, Jimmy, du da drüben hast deine orange Seite und ich habe meine blaue Seite. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in zehn Minuten, Rita, wenn wir eine richtig coole Wasserrutsche gebaut haben. Der Beste gewinnt. Let's go! Und nicht schummeln! Okay, du wirst sehen, der Bessere gewinnt. Okay, Leute, aber ich würde sagen, wir machen hier mal das Fenster von Jimmy noch zu, damit der auch ja nicht lundst. Okay, dann würde ich sagen, ja, wir haben jetzt zehn Minuten Zeit, eine richtig coole Wasserrutsche zu bauen, Leute. Und damit die Wasserrutsche auch so cool wie möglich wird, haben wir hier heute so ein richtig cooles Baumenü. Mit dem können wir super einfach bauen. Ich würde sagen, ich gucke schon mal, wie wir die Wasserrutsche am besten bauen. Ich glaube, die wird am coolsten aussehen, wenn wir die mit so Quarzblöcken bauen. Ich glaube, das sieht am coolsten aus, Leute. Ich würde sagen, die Wasserrutsche muss auch so anfangen, dass wir, ähm, erst mal machen wir so einen kleinen Boden. Das heißt, wir wählen einmal hier den Block aus, gehen dann nach hinten ungefähr so. Das wird quasi der Start von der Wasserrutsche. Ihr seht, das lässt sich super einfach bauen. Und was macht eigentlich Jimmy da oben? Jimmy, was machst du da? Äh, zeig den Leuten nicht, was ich mach. Du schummelst nur wieder. Äh, mach ich gar nicht. Oh man, Leute, wollen wir Jimmy kurz ärgern? Passt mal auf. Schaut mal, was ich mit Jimmy seiner Wand mach. Wir machen einfach so, zack. Und, guckt mal, Leute, was ich mache. Wir machen einfach alles weg. Guckt mal. Hey, wo ist meine Wand, Tim? Was soll das? Äh, ich weiß nicht. Das ist, das ist nicht meine Schuld. Ich bin weg. Egal. Ich mach eine neue Wand. Oh, Leute, das war richtig lustig. Habt ihr gesehen? Ich hab einfach seine Wand weggemacht. Wie cool war das denn? Aber wir dürfen uns nicht aufhalten lassen. Wir müssen jetzt weiterbauen. Ich würd sagen, als nächstes machen wir hier eine Linie. Und da auch eine. Das heißt, hier kann man dann quasi, ja, den Start machen. Und dann geht hier die Wasserrutsche runter. Dafür brauchen wir erstmal eine Treppe. So. So, und jetzt wählen wir das einmal aus. Denn hier machen wir jetzt so eine kleine Treppe nach unten. Und, zack. Seht ihr, Leute? Das heißt, man kann dann quasi hier so runter. Und dann machen wir hier wie so einen kleinen, wie nennt man das? So ein Looping. Das wird richtig lustig aussehen. Aber damit das alles sicher ist, müssen wir das hier auf jeden Fall noch zumachen. Das heißt, wir machen hier erstmal noch eine Wand hin. Zack. Okay. Das sieht doch schon mal richtig cool aus. Hier muss natürlich gleich überall noch Wasser hin. So. Dann machen wir jetzt hier so ein kleines Loch. Wo man dann quasi so reinfliegt. Zack, zack, zack. Wow. Und dann sind wir hier unten. Jetzt ist die Frage, was machen wir da hin, Leute? Da würde ich sagen, müssen wir natürlich erstmal einen Boden reinmachen, damit man hier nicht runterfällt. Das heißt, wir machen das erstmal zu. So. Und zack. Das heißt, man kommt dann von hier oben, fließt hier runter und dann hier rein. Natürlich werden wir am Ende überall noch kleine Fallen einbauen, damit die Rutsche umso cooler wird. Das soll ja eine richtig coole Wasserrutsche werden, Leute. Aber ich würde sagen, für den Anfang sieht das gar nicht mal so schlecht aus. So, hier machen wir noch alles schön zu, damit man hier auch nicht runterfällt. So. Natürlich auch eine Absperrung, damit alles schön sicher ist. Fertig. So, wenn wir dann hier unten sind, kommt da der Ausgang. So. Und wenn man dann hier rauskommt, machen wir dann wieder eine Treppe. Und die wird diesmal ganz lang bis darüber zur anderen Seite. So. Zack. Das heißt, von hier kommt man dann hier runter. Und auf dem Weg nach unten kommen natürlich auch wieder ganz viele Fallen hin, Leute. Aber, damit das Ganze schön sicher ist, müssen wir natürlich hier auch wieder alles schön zumachen. Deshalb machen wir hier eine Wand hin. Und hier drüben kommt natürlich auch eine Wand hin. So. Das sieht doch schon mal richtig, richtig cool aus. Leute. Meint ihr, wir sollen mal kurz bei Jimmy lunzen gehen? Was der so schönes baut? Ich will unbedingt wissen, wie weit der schon ist. Wir schauen uns das mal ganz kurz an. Oh. Mal gucken, was Jimmy schon so gebaut. Oh. Was macht der denn da? Der ist ja noch gar nicht weit, Leute. Ahem. Jimmy. Hey, du Schummel. Hä? Ich schummel nicht. Ich will mir nur angucken, was du da baust. Das ist richtig cool. Hä? Du hast ja noch nicht mal angefangen. Du bist ja ein richtiger Langweiliger. Hä? Ja. Wir werden noch sehen, Lumi. Alles gut. Oh man, Leute. Ich glaube, mein kleiner Bruder ist nicht so gut im Bauen, wie ich dachte. Ich glaube, das wird ein richtig einfacher Sieg für uns. Aber na gut. Ich würde sagen, wir dürfen das nicht auf die zu leichte Schulter nehmen. Wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal weiterbauen. Aber bevor wir das machen, würde ich sagen, müssen wir jetzt auf jeden Fall schon mal anfangen, die Wasserrutsche mit Wasser zu befeuern. Dafür nehmen wir uns als allererstes einmal ein paar Kolben. Äh, dann brauchen wir Redstone, äh, Verstärker. Natürlich Redstone, fucking Redstone. Ein Hebel. Und so guter Letzt natürlich Wasser. So, das heißt, wir machen hier erstmal so eine kleine Lücke. So. Und da kommt überall Wasser rein. Und sobald das Wasser hier rauskommt, Leute, seht ihr, rutscht das langsam hier die Wasserrutsche runter. Aber damit die Rutsche nicht die ganze Zeit voller Wasser ist, damit wir auch ordentlich bauen können, wird das Ganze gleich automatisch auf und zu gehen. Dafür müssen wir nur Folgendes machen. Hier, das müssen wir einmal aufmachen. Und dann müssen hier unten einmal überall solche Kolben hin. So. Und darauf kommen dann die Blöcke. Zack. So, dann muss überall so ein Redstone-Verstärker hin. Und dahinter kommt ganz viel Redstone. Zack. So, das Redstone kommt dann hier nach oben. Zack. Und schon seht ihr, kommen die Blöcke nach oben. Und sobald man den Hebel jetzt runter macht, geht die Wasserrutsche los. Das heißt, hier kommt jetzt wieder überall Wasser rein. So. Und wenn man jetzt den Hebel umlegt, zack. Seht ihr, beginnt die Wasserrutsche. Und überall fließt Wasser lang. Aber warte mal, ich sehe gerade, ich habe das falsch gemacht. Das Wasser kommt gar nicht bis hier hin. Ich glaube, Leute, ich muss das Ganze einmal hier auf die Seite bauen. Damit das Wasser von da drüben direkt hier runter fließt. Ich würde sagen, ich baue das schnell um, Leute. Wir sehen uns gleich wieder. So. Zack. Okay, ihr seht, ich habe das Ganze einmal schnell umgebaut. Und jetzt, wenn ich den Hebel umlege, seht ihr, jetzt funktioniert die Wasserrutsche. Alles fließt runter. So. Von da dann hier runter. Ihr seht's. So. Aber wartet, Leute. Hier muss dann natürlich ein bisschen... So. Noch ein bisschen extra Wasser hin. Ja. Jetzt ist doch alles perfekt. Seht ihr, das Wasser kommt bis hier runter. Man fließt... Oh. Wollen wir das schon mal kurz ausprobieren? Ich will das nur mal ganz kurz testen. Also, wir nehmen uns jetzt ein kleines Boot, Leute. Zack. Setzen wir uns da rein. Und wow. Es geht direkt los. Wow. Ist das cool. Und dann geht's hier runter. So. Dann geht's hier durch. Und dann geht's hier runter. Boah. Das macht richtig Spaß, Leute. Boah. Unsere Wasserrutsche funktioniert einfach wirklich perfekt. Alles funktioniert genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Es läuft einfach alles perfekt. Boah. Unsere Wasserrutsche sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Guckt euch das an. Sieht aus, als hätte es ein richtiger Profi gebaut. Und so bauen wir jetzt weiter. Und dann bauen wir die beste Wasserrutsche auf der ganzen Welt, Leute. Oh Mann. Wie cool. Aber damit wir erstmal in Ruhe weiterbauen können, stoppen wir das Wasser erstmal ganz kurz. Und jetzt überlegen wir, wie soll es weitergehen, Leute. Hm. Vielleicht können wir noch irgendwas cooles einbauen. Ich würde sagen, ich glaube, hier machen wir jetzt, würde ich sagen, einfach eine Treppe hin wieder. So. Aber die wird richtig lang gehen, Leute. Schaut mal so lang. So. Und dann geht die auf jeden Fall gleich richtig tief nach unten. Boah. Guckt euch das mal an. Die Treppe ist ja gleich richtig lang geworden. Schaut mal. Boah. Die geht gleich richtig tief nach unten. Das sieht ja cool aus. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier gleich noch eine Wand hin, damit das auch alles schön sicher ist. So. Und hier natürlich auch eine Wand. Zack. Damit das Wasser hier auch nicht rausrutscht. Und jetzt. Boah. Jetzt machen wir das hier auf. Und boah. Guckt mal. Das Wasser fließt direkt hier runter. Boah. Guckt mal, wie cool und riesig die Wasserrutsche ist, Leute. Habt ihr schon mal so eine coole Rutsche gesehen? Boah. Und da kommen jetzt gleich noch richtig viele coole Hindernisse rein. Das ist einfach so eine coole Wasserrutsche. Aber warte. Wir müssen das hier noch weg machen. So. Ja. Jetzt sieht es wirklich perfekt aus. Okay. Boah. Das sieht doch schon mal Hammer aus. Die Frage ist, was machen wir als nächstes? Wir sind nämlich schon gleich am Ende, Leute. Vielleicht müssen wir jetzt was richtig cooles einbauen. Boah. Ich glaube, ich baue jetzt was richtig cooles, Leute. Und zwar machen wir einfach so einen richtig großen Würfel. So. Ey, wartet mal. Was macht Jimmy da oben bei mir? Ey, wartet. Jimmy, was machst du hier? Hey. Ich will nur was schauen, ob das auch funktioniert. Nein, nein, nein. Das ist ja richtig cool. Das ist meine Seite. Das darfst du nicht abgucken. Das ist meine. Ey, hallo. Hör auf, das kaputt zu machen. Was ist denn jetzt hier los? Du gehst sofort auf deine Seite zurück. Das ist nämlich schummeln, was du machst. Wenn du das nochmal machst, dann werde ich deine ganze Wasserrutsche mit TNT in die Luft jagen. Okay, okay, okay. Ich mache nichts mehr, Lumi. Alles gut. Oh Mann. Der wollte das schon heimlich hier sabotieren, Leute. Guckt euch das an. Was ein Fiesling. So. Aber jetzt müssen wir gucken. Der Würfel ist irgendwie ein bisschen klein geworden. Ich glaube, wir müssen den nochmal größer machen, Leute. Wartet. So. Ich probiere das jetzt nochmal. So. So. Und jetzt einen richtig großen Würfel. Bam. Boah. So. Und hier muss man dann so rein. Boah. Und dann ist hier drin so eine richtig große Monsterhöhle mit Monstern, die man bekämpfen muss. So ein richtig cooles Hindernis, Leute. So. Wenn man auch hier reinkommt, müssen wir das natürlich noch zumachen. So. Zack. Und dann muss man hier rein. Boah. Guckt euch das an. Das sieht so cool aus. Das können wir sogar noch richtig cool dekorieren. Indem wir jetzt hier so Glasscheiben nehmen. Und hier so Glas hin machen. Boah. Ich glaube, damit wird Jimmy auf keinen Fall rechnen, dass wir hier so eine richtig coole, große, gigantische Wasserrutsche haben. So. Hier kommen auch überall noch so Glasscheiben rein. Zack. Und fertig ist das Ganze. Das sieht richtig lustig aus, Leute. Und richtig modern. Boah. Die Wasserrutsche ist einfach genial. Wie groß sie schon ist. Wir sind auch gleich fertig. Jetzt muss ich mal überlegen. Was machen wir jetzt hier noch hin? Ich glaube, wir machen das so, dass man dann hier runter muss. Boah. Muss quasi hier dann so runter tauchen. Das ist eine coole Idee. So. Dann rutscht man da runter. So. Und jetzt kommt hier wieder so eine richtig krasse. Boah. Monstertreppe hin. Zack. Bam. Bam. So. Seht ihr, Leute? Dann kommt das Wasser hier raus. Und dann muss man hier runterrutschen. Wow. Wie cool. So. Damit das sicher ist, muss hier natürlich wieder eine Wand hin. Zack. So. Bam. So. Jetzt nur noch auf der anderen Seite. So. Bis nach unten einmal. Zack. Und batz. So sieht das Ganze aus. So. Und jetzt kommt das Wasser von da oben. Kommt hier runter und fließt hier runter. Boah. Guckt euch das an, wie riesig unsere Rutsche schon ist. Boah. Okay, Leute. Wir sind eigentlich so gut wie am Ende. So. Dann machen wir hier jetzt die letzte Treppe hin. Bis hier rüber. Ungefähr so. Und dann bis hier runter. Zack. Und bam. So sieht das Ganze aus. Jetzt machen wir noch eine Wand dahin. Bis da hoch. Zack. Und eine Wand hier runter. Zack. So. Sieht das Ganze aus. Man kommt dann von hier oben. Rutscht hier runter. Und dann ist hier auch schon das Ziel, Leute. Das heißt, wir machen jetzt hier noch eine letzte Mauer hin, damit das Wasser hier nicht rauskommt. Zack. So. Und jetzt seht ihr, kommt das Wasser bis runter. Boah. Wie cool das aussieht. Guckt euch das einfach mal an. Von wo das Wasser eigentlich kommt. Das kommt von hier ganz oben. Und unsere Rutsche ist jetzt eigentlich so gut wie fertig, Leute. Das heißt, wir können Jimmy unsere Rutsche gleich schon zeigen. Und dann wird es drauf ankommen. Wer hat hier die bessere Wasserrutsche gebaut? Aber wir müssen natürlich noch zwei kleine, äh, ja, Hindernisse einbauen. Deshalb würde ich sagen, gucken wir aber erst mal, bevor wir das machen, ob alles funktioniert. Das heißt, wir nehmen uns ein Boot und prüfen erst mal, ob hier alles funktioniert. Das Wasser wird gestoppt. Das funktioniert eifernfrei. Das Wasser kommt wieder raus. Die Rutsche ist wieder in Betrieb. Dann würde ich sagen, einmal, zack, und los geht die Party, Leute. Wow. Wir testen jetzt das erste Mal unsere Wasserrutsche. Zack. Und dann geht es hier nach unten. Und dann, wow, wie cool, Leute. Eine richtige Wasserrutsche. Oh, dann geht es hier nach unten. Zack. Dann hier in diese Fallerei, wo es diesen Studel gibt, der einen nach unten zieht. Oh, Leute, mich dreht es schon. Guckt mal. Der Studel ist so stark, mir wird schwindelig. Oh, wir werden bestimmt gleich nach unten gesaugt. Leute, habt ihr das gesehen? Wir wurden einfach nach unten gesaugt. Okay, jetzt geht es aber weiter. Oh, hier runter. Und ab nach unten. Tada. Wir sind angekommen, Leute. Und tada. Da bin ich. Das war unsere Wasserrutsche. Es hat richtig Spaß gemacht, damit zu rutschen. Wenn euch das auch Spaß gemacht hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. So. Boah. Okay. Das heißt, jetzt können wir auch direkt die Hindernisse einbauen. Ich würde sagen, was machen wir am besten für Hindernisse? Hm. Wie wäre es, wenn wir ein paar Kakteen nehmen, Leute? So. Zack. Und wir hier einfach so ein paar Kakteen einbauen. Boah. Das ist lustig. Guckt mal. Einfach so ein Kaktus. Boah. Das ist doch ein richtig cooles Hindernis, Leute. Wenn man da dagegen fährt, geht das Boot direkt kaputt. Das tut dann bestimmt richtig weh, Leute, wenn man dagegen rutscht. So. Und hier würde ich sagen, machen wir auch noch einen hin. Boah. Das heißt, guckt mal. Das sind die ersten Hindernisse, die wir haben. So. Hier oben kommt auch noch einer hin. Tada. Okay. Das heißt, das sind unsere ersten Hindernisse auf der Wasserrutsche. Die Frage ist, was machen wir jetzt hier unten hin, Leute? Hm. Überlegen wir mal. Ich glaube, hier machen wir einfach so ein paar Änderstäbe hin. So. Warte. Durch die muss man dann so durchfallen. So. Bis da rüber. Zack. Da machen wir einen. Hier unten machen wir auch einen. Zack. Dann hier vielleicht noch einen. Zack. So. Und da noch einen. Das heißt, man muss dann hier irgendwie da durchkommen. Man kann nur hier runter. Das ist der einzige Weg. Dann kommt man hier runter. Und jetzt würde ich sagen, was machen wir jetzt für Hindernisse? Hm. Ich glaube, hier können wir wieder so ein paar Kakteen einbauen. Da kommt einer hin. Dann machen wir hier ein Kaktus hin. So. Hier kommt auch einer hin. Tada. Hier noch einer. Zack. Boah. Das wird bestimmt richtig wehtun, wenn man dagegen rutscht. Und hier auch noch einer. Das heißt, hier sind wieder ganz viele Kakteen, an denen man vorbei muss. So. Und wenn man dann hier unten angekommen ist, würde ich sagen, muss man an diesen Ventilatoren vorbei. Ich mache nämlich jetzt hier an die Seite, Leute. Überall so Ventilatoren hin. Guckt mal. Das ist richtig cool. So. Passt auf. Da. Zack. Hier. Da noch welche. Hier noch welche. Und da unten. Die müssen jetzt alle mit Redstone bepowert werden. Dafür machen wir hier überall Redstone-Blöcke hin. So. Und dann seht ihr schon, kommen da so Partikel raus. Wenn man die jetzt berührt, zack, wird man direkt weggepustet. Boah. Guckt euch das an. Und. Wow. Boah. Ich komme gar nicht mehr rüber, Leute, weil die Ventilatoren so stark sind. Die drücken einen also hier rüber. Es wird also richtig schwer, hier reinzukommen. Man muss nämlich aufpassen. Wenn man Pech hat, wird man jetzt einfach hier runtergeschubst. Wow. Und dann fällt man raus aus der Rutsche und hat verloren. Das ist cool. Okay. Aber damit das ein bisschen schwieriger wird und auch mehr weh tut, würde ich sagen, machen wir hier einfach so ein paar Spikes hin. Zack. Das heißt, wenn man da reinrutscht, Leute, wird das einem richtig weh tun. Das ist cool. Das heißt, die nächste Falle steht. Und damit das noch schwieriger wird, machen wir hier spontan vielleicht auch einfach ein paar Kakteen rein. Das heißt, hier kommt einer hin. Und dann kommt hier auch noch einer hin. Dafür müssen wir das wegmachen. So. Hier kommt auch noch einer hin. So. Das heißt, hier haben wir auch ein paar coole Hindernisse. Dann geht es hier runter. Oh. Oh. Das ist echt schwer. Jetzt in den Strudel. Da müssen wir auch hin. Oh. 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 Hier noch welche. Und schon ist unsere riesige Wasserrutsche fertig. Guckt euch. das an, Leute. Oh. 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 Oh.